Sein herz erfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Moinsch mit Anne, Nefi und Maxi. Hallo. Wie? Was? Maxi ist dabei? Na gut, da gibt's ja nur eine Wahl. Oh nein. Okay, warte, dann nehm ich ne Mercy. Wenn wir jetzt noch ein Zenyatta kriegen würden... Jetzt noch Zenyatta? Ja, Zenyatta musst du gut können. Nein, kann ich nämlich nicht. Oder nimm den zweiten Tank halt. Oder willst du Torbjörn nehmen? Ich nehm Anna. Ich mag Anna. Oder du machst einen zweiten Tank, Uwe, statt Torbjörn. Torbjörn muss nicht sein, weil Torbjörn ist so ein Roadhog oder so. Ja, weil Torbjörn kann easy gekontert werden. Ich hab aber so einen geilen YouTube-Channel gedacht, der macht immer The Science of Blablabla und The Science of Overwatch hat er gemacht und dann ist es überhaupt möglich als Roadhog einen anderen Roadhog, also den anderen schwersten Gegner zu ziehen. Da man nicht feststellen kann, was aus welchem Material rein hat, Rüstung und sowas ist. Ach cool. Das ist ja witzig. Der hat das so erklärt und alles berechnet und rein theoretisch ist es möglich. Das Problem ist es, jeder der nicht Roadhog ist, sobald du diesen Haken werfst, der allein schon so krass viel Durchschlag hast, du müsstest die Leute einfach in zwei Teilen mit dem Haken. Was macht denn unser Reinhardt da vorne schon wieder? Ich hab so was. Sterben. Ja. Erstmal voll weit vorne. Ich hab gleich eine Rakete gegen Koppel. Oh, ist auch ins und tot. Gut, random. Gut, weil sie weit vorne standen. Ich bin doch bestimmt nicht da ins Schlachtfeld rein. Ja, ein Genji ist durchgelaufen. Echt? Oh, die haben eine Ana. Da ist ein Genji aufm Punkt. Ja, ja, ich sag ja. Ist er weg? Nee, er ist immer noch da. Er hat sich geheilt, nein. Jetzt ist Genji auch noch da. Oh, läuft der gut. Läuft der gut. Läuft der gut. Läuft der gut. Kann einer von uns aufm Punkt oder? Nope, alle weg. Nee, nee. Warum Single? Weil unser Rainer, der zu weit vorne war. Ich weiß nicht. Der statt an dem merkwürgsten Audio. Ja, keine Ahnung. Anna leftet den Voice Channel. Warum bist du überhaupt da drum? Der Inban ist automatisch im Gruppenchat ausgemacht. Ich habe auch automatisch beitreten, ja. Die kommen von links. Ja. Okay, warum jetzt? Nein. Nein. Nanoboost administered. Ist der Rainer jetzt gestorben, ja? Oder was? Ja, so gut wie. Ja, ich weiß ja... Alter, ich könnte schon wieder kotzen, Alter. Er rennt einfach bis... Was macht der da vorne? Wegen... Es ist halt auch echt der Grund. Deswegen haben wir den ersten Punkt verloren. Weil er vorne stand und die alle an ihm vorbeigelaufen sind. Oh, fuck. Der kommt von rechts. Nein! Fuck. Warte, 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 warte. Oh, meine Ultis passt für dich. Nice. Scheiße. Ich hab sie zweimal getroffen, aber... Oh, mach einer die Pharah. Die droppen den Beat. Hast du deine Ulti nicht? Die hab ich gerade für... Weißt du was genervt? Die Ult von Mei gemacht. Und Mei hat gerade ein bisschen aufgeräumt. Ja. Sehr gut. Ich schlaf. Ja, aber du wirst in dem Massaker sofort wieder ausstehen. Oh, warte, ich helfe... Soldier von hinten? Warte, ich komme hinterher. Das ist doch die dumme Fahrerei. Weiter, 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 weiter. Soldier ist da. Stell dich in das Ding rein. Okay, Nephi, wir springen zurück. Bist bereit? Ja, ja. Soldier ist immer auch da. Danke. Ist hinter mir? Ist tot? Ja, nice. Ich booste jetzt einfach Goro. Der macht ganz viel damage mit dem Affen. Ja, ja. Ja, unser Reinhardt ist nutzlos. Die Pharah kommt. Die krieg ich da oben nicht. Wobei... Bring ihn! Ne, sie ist weiter weg, sie ist weiter weg. Die muss gleich nach links immer noch. Die ist links immer noch. Mach mal da die Diva, wo gehst du hin? Ja, ich komme hinten rum, hinten rum. Oh nein, mit dem Fahrrad im Ulti. Auf den Punkt. Die ist auf dem Spot. Nein. Mein Ulti ist wieder ready. Ich bin fast tot. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Oh mein Gott. Dauert noch bisschen wieder da bist du da? Ich bin jetzt gleich wieder da, ja. Also warte. Dankeschön, Maxi. Ach, du warst ja selbst im Eisblock. Ja, aber vorher. Nephi? Ich bin jetzt gleich da. Warte, warte, warte. Saria kommt von rechts. Jetzt. Now that's teamwork. Right beside you. Come on. Go, go, Power, Reinhardt. In welcher in der Mitte müsst ihr mal sagen. Damit Goro beschert was. Oder sind die Antoine? Da, lustig, komm, lass zurückgehen. Ah, Saria ist hier hinten. Oh Gott. Genji auf dem Spot? Ja, ich hab leider Angst, dass er gerade geht. Haben wir, haben wir, haben wir. Wir sind ein paar mehr auf dem Spot. Warte, ich halte euch. Ein paar mehr auf dem Spot. Ich hab meine Ulti. Auf dem Pot. Oh, weg, weg, weg vom Punkt. Da ist ne Fahrer, die... Ich hab's dir gemerkt, die ist geboostet, Alter. Ja, ja. Ja, Koro. Koro, pass auf. Die Diva ist hinter dir. Und Pharah oben. Pharah hab ich umgelenkt. Na, passt auf. Überleben lange. Lebt, 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 lebt noch. Lebt noch, lebt noch, lebt noch, lebt noch. Lebt noch. Lebt noch. Lebt noch. Lebt noch. Autsch. Da kam Hanso. Boah, die Pharah, Mann. Alter, die machen dir zu viel zämisch, Koro. Oh, ich kann gar nicht gehen. Wir brauchen keinen fucking Reaper, wir brauchen einen Soldier. Ich schaff das. Ich schaff erst in zwei Sekunden weg, ne? Danke, danke, danke. Hab ich nicht mitgekriegt. Ja, sorry, ich musste, weil ich sonst nicht gestorben. So, Reaper, jetzt mach mal was, bitte. Oder auch nicht. Nevermind. Der müsste... Aber wenn ihr auf das Ding guckt, sind sowohl Reaper als auch Reinhard haben nicht ein hohes Level. Also... Das Level soll im Ranked aber eigentlich keine Rolle spielen eigentlich. Nee, aber das sind Spielzeit halt. Die Ana, die Ana ist so nervig. Ey, unser Weeper ist so useless. Jups. Äh, Zarya kommt von rechts weiter? Nein! Reinhardt, oh Gott. Schönes Schild, Reinhardt, ey. Oh, der war gut. Reinhardt, was Nützliches gemacht? Ich bin hier hinten gegen die Zarya. Ja, ja, ich helf dir. Ja, ich komm, ich komm, ich helf dir. Sehr gut. Ist tot. Komm zurück jetzt. Auf den Punkt direkt wieder. Wenn die Pharah gleich wieder reinkommt... Oder hat die gewechselt zu Junkrid? Der hat gewechselt... Äh, nee, die Pharah ist noch da. Junkrid haben sie trotzdem noch. Reinhardt, geh doch nicht da raus, ey. Meine Ulti in... Ja, meine Ulti auch. Warte, ich muss einen healen hier. Oh, pass auf, die Pharah kommt. Muss ich auch einmal healen, bitte? Warte, wo bist du denn? Vor dir? Ulti von Hanso. Ich bin weggesprungen. Er hat mich gelackschottet. Nein, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, nice. Sehr gut. Oh nein, der Punkt, der Punkt. Hast du denn eine Ult? Nein. Warte, 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 warte. Ich kann euch resen, ich kann euch resen. Warte, 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 warte. Ihr seid noch nicht tot. Okay, ihr seid noch nicht tot. Ich muss keinen resen. Anna ist tot. Die Diva lebt. Die Diva lebt. Okay, Nefi, wir springen. Wo bist du? Ist Chaos, ey. Das ist erst die erste Runde, Leute, ey. Boah. Alter, den Affen heilen dauert so lange. Der Affe hat bis jetzt hier das Spiel geholt, ey. Ja, aber nur mit der Mercy. Ja, natürlich. Sixty Seconds, Alter. Nice, Goro. Oh, jetzt kriegt er den Doppelboost hier. Anna und Mercy. Oh nein. Reinhard chillt. Ah, so, der ist jetzt verkackert. Schön, sie hat weggerutscht. Reifen kommt von sich zu. Äh, Reifen hat, Reifen, Reifen. Der Reifen kommt nicht hoch. Oh nein, die hat Hanky das wiederbelebt und erreicht direkt. Es tut mir leid, ey. What happens, ne? Der Junker ist tot. Rahan so Ulti. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich halte dich, ich halte dich gegen, ich halte dich gegen. Ich konnte nicht mehr, ich bin tot. Zaya und Dings kommt von rechts. Warst du in der Junker-Falle, Goro? Ja. Reinhard, Reinhard. Nehme ich Reinhard hier. Die Affe, ne, noch die Affe. Affe, die Affe. Die wüte Affe gegen Affe. Chai-Goro einfach. Ja, ich auch gerade. Und den Reinhard halt ich auch. Oh, die hat den anderen noch irgendwo. Ja, der, das war gut. Ja, der, das war gut. Nehme ich doch, das ist ein Affe. Ja, er ist weg. Jetzt nur noch halten. Schnell, 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 schnell. Nein, dieser Eier. Ich wollte vorne. Schön. Ach fuck, ey. Jetzt hätte ich den anderen noch. Oh, der hat so wohl das sein Ultimo. Hallo, Wolfi. Na? Na? Ja, du. Da kam der Wolf. Der Reinhard ist so useless. Der Reaper war viel useless. Naja, er hat einmal die Ulti geblockt. Ja, aber sonst ist der immer nach vorne gerannt und war scheiße. Der Reaper hat überhaupt nichts gemacht. Nee. Du Attack. Moment, jetzt mache ich hier einen pädagogischen Move. Okay, du schreibst das in den Chat. Okay, ich sehe schon. Ja. Was kommt jetzt? Ich bin so einsam. Kann ich bitte jemand knuddeln? Oh. Moment. Motiviert doch jetzt nicht, wie der Reinhard das. Ja, Moment. Next time, be a better hero, please. Möchte jemand Lucio spielen? Nee, kannst du ruhig Lucio. Lucio und Mercy zusammenkommen als Angriff. Super. Ich weiß. Und Reaper. Aber das Geile ist, wie sie einfach dieselben Helden wählen. Ohne auch nur zum Syrgan. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich für einen Angriff Senjata diesmal. Wir hatten schon zwei Supporter. Achso, wir haben schon zwei, ja. Dann nehme ich, äh... Kannst du einen... Also einen Solter oder Pharah? Ja, ich kann einen Rotog spielen. Das ist auch ganz schön. Kannst du den? Ja. Rotog ist geil. Zarya ist zurzeit ja eine der besseren Tanks. Also Reinhard ist super. Nee, im Ende... Aber nicht mehr... Nicht mehr in den Master-Leaders und so. Warte, Zarya? Die Pro... Die Pros spielen Zarya zurzeit richtig viel. Also das Problem... Nein, Zarya ist einfach... Du musst... Du darfst nicht auf sie schießen. Du darfst nicht auf sie schießen, wenn ihr Schildern hat. Und das ist Grundregel Nummer eins. Also... Guck mal, er hat geschrieben, okay. Mal gucken, ob's klappt. Also Zarya als... Als Second Tank halt, ne? Ja. Ja, als Second, okay. Aber nicht als Only Tank. Also D.Va wird zurzeit kaum gespielt. Obwohl D.Va ganz gut ist. Ja, aber nicht als Tank. Als Damage-Dealer, ja. Aber als Tank ist... Ja, deswegen Roadhog ist ja auch... Roadhog ist auch mehr Damage-Dealer. Aber Roadhog sehe ich in letzter Zeit viel mehr wieder. Weil einfach... Weil sein scheiß Hook so unbalanced ist, Alter. Und ja nicht nur seinen Hook, das... Äh, hier... Wie heißt das? Reinhard! Reinhard! Anstatt, dass er da sein Schild auch macht, oder was, ey? Okay. Fuck, hab's ja nicht richtig getötet. Ja. Reinhard ist da rein. Reinhard ist da rein. Reinhard ist da rein. Reinhard ist da rein. Wow. Best schön, ey. Wenn Reinhard den linken Weg blockieren würde, sodass ich da reinlaufen kann, kann ich bestimmen machen. Sollen wir da einfach reinrennen, oder was? Ja, müssen wir. Ja, ich... 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 Ach ne, warte mal. Man müsste abwarten, bis... Äh, äh, bis Flashen nachlädt. Man müsste wissen, wie man nachlädt. Das ist aber sehr genauer abwarten. Genau. Ich komme da auch so rein. Komm schnell rein. Ah, scheiße, komm. Los, 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 los. Speed Bus. Ne, die haben auch... Die haben auch einen... Hanso oben stehen. Er hat sie nur mit. Oh nein. Die sehen uns die ganze Zeit, weil Hanso sein Fall geschießt. Hanso muss es weg. Shit, die Hanso holt ja mit X. Jaja, Hanso schießt die ganze Zeit seinen scheiß Pfeil dahin. Damit er uns sieht. Komm, Anne. Ach, Reinhard, Alter. Ich belebe dich jetzt einmal wieder. Wir sterben nicht. Symeta kommt hinter euch. Oh fuck. Nein. Ich hab den Bash schon fast gehabt. Bash ist tot, Bash ist tot. Und? Nein. Jetzt ist noch ein reiner Reinhardt. Aber unser Reinhardt ist auch. Und der fucking Hanso. Die haben einen guten Hanso, Alter. Scheiße. Meine Ultis werden... Ich kann sie jetzt wegschubsen gleich. Der Hanso muss weg. Wir müssen on point, Leute. Wir sind eigentlich so... Wenn Reinhardt mal ein bisschen vorrennen würde, sind wir am point. Wir sind am point. Hanso ist immer noch dieser blöde Hanso da oben. Ja, eben. Den hab ich einmal getroffen, den Hanso. Das Portal, wo ist das? Such das, Anne. Such das. Wahrscheinlich hier, oder? Ne, ich hab das ganz nah gehört. Ich hab das ganz nah gehört. Das ist wichtig, dass das weg ist. What the fuck? Wer ist denn da abgehoben, ey? Das war der Reinhardt, der hat unseren Reinhardt gehoben. Der wurde auch weggeschubst. Wo ist denn der Teleporter? Die haben immer noch einen Teleporter. Ich hab keine Ahnung. Der muss hier vorne stehen. Der muss da vorne stehen, wo der Hanso hier kommt. Egal, der bringt den jetzt nichts mehr. Sie hat ihre Turrents. Im Eingang. Baschen am Haupteingang. Er kann chargen. Er kann chargen, unser Reinhardt. Da hat er Baschen mit. Oh man, wieso Treppe? Hehehehe. Oh fuck. Fuck. Ich leg mich grad mit einer Symmetra an. Ich hab meine Ulti ready als... Vorsicht Mine. Du hast deine Ulti ready? Jups. Die sind alle noch da wieder. Die sind alle noch da. Ja, das ist einfach und wir brauchen... Wenn jetzt nen Vorstoß kommt, dann... Autsch. Weggesprengt. Ne. Wir müssen den Kackpunkt bekommen, ne. Ja, ansonsten ist Drawn und Drawn ist immer Kacke. Ja, besser als ne Niederlage. Hab den Hanso. Ne, gibt keine Runde danach. Nicht mehr. Nein. Das ist unentschieden, dann. Gibt keine Punkte, dann. Oder kein Abzug. Los! Reifen kommt, Achtung! Ulti von der Panzer. Oh nein. Oh fuck. Ja, der Drache hat mich bekommen. Nein! Und ne schöne Ulti. Schlitzi Goro, Schlitzi! So was geschlitzt ohne Ende. Und dann kam Hanso. Also ich hab gut geschlitzt eigentlich. Und dann kam Hanso. Das ist gut geschlitzt. Der Teleporter ist von gegen... Der Hanso ist not bad von dem Gegner gerade, ey. Holy shit. Es ist hart, aber wir kriegen das schon hin. Wir müssen nur immer von mehreren Seiten angreifen. Schlitzi Goro, Schlitzi. Ne, das war gar nicht so schlecht gerade von der Seite. Das war super gerade. Wir sind alle zusammengegangen. Ja, ja, ich mein nur. Also nicht immer von vorne kommen halt. Das meinte ich damit. Das ist korrekt. I am ready. Au. Underwaste and heal nicht, wenn ich hinter dir bin. Ach Reinhardt, wo gehst du wieder hin? Oh Reinhardt! Die haben jetzt auch nen Torbjörn. Anstelle von Bastion. Ach Reinhardt. Reinhardt hat verkackt. Er hat den Schild runtergenommen, als der andere Reinhardt seine Ulti gemacht hat. Okay, da sind voll viele Symmetra-Dinger auf dem Spot. Ja. Torbjörn geschützt. Ich geh jetzt wieder über links. Hätte ich mal ne Ulti gehabt, hätte ich sie alle gehabt da drin. Die haben so ne stumpfe Aufstellung. Das ist super easy. Noch haben wir Zeit. Lass uns mal 8 zu 4 zumindest über links gehen. Die Mercy muss tot sein und dann können wir angreifen. Mercy und Symmetra müsste tot sein werden. Vielleicht kann ich mir die raushucken. Ja, unser Reinhardt ist nur wieder da. Der Kamikaze, Reinhardt. Ja. Die wissen, dass wir da reingehen. Kannst du ihn hucken? Der hat so scheinbar nicht. Der ist tot. Nice. Pass auf, das sind Türme. Symmetra weiß, was jetzt kommt. Max, hast du Ulti? Ne, ne? Ne. Dank, friend. Wir sind von hinten drauf, ne? Was auch, die Handlung. Da ist ein Torbjörn bei uns drin. Das hab ich weiß. Reifen kommt. Ah, schön. Die hab ich weg. Die kommt zu uns. Die kommt zu uns. Die kommt zu uns. Ah, ich bin den Drachen wieder gelebt. Ja, ne. Ich hab extra gewartet. Ich seh nix. Das geschützt von vorne. Geradeaus. Er hat Molten Core, brauch den nicht reinlaufen jetzt. Fucking shit. Also, Reaper und Reinhardt weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt mitspielen. Wir könnten auch zu viert spielen. Ja, der Reaper, der macht irgendwie gar nix. Die stehen die ganze Zeit oben. Die sterben, die laden die Ultis, der Gegner auch. Mit's mal abgefuckt, der wird für uns. Ja, Reaper. Das hast du davor, du bist alleine reingegangen. Let's all go over left side, okay? Hm, das ist jetzt im Team-Chat gesagt. Ja. Ja? Der hat doch keine Sau an. Oh, also! Uh! Das linke Seite ist bei der andere Seite. Oh, er hat mich! Ich hab ihn. Also nicht getötet. Oh, die ist die Medva-Türme. Oh, unser Reinhardt ist gleicher der Tod, ey. Error in der Knee. Nice, Reinhardt. Also, Reinhardt und Reaper sind absolut useless. Sorry to say, aber die sind wirklich schlecht. Ich weiß nicht, was der Reinhardt die ganze Zeit macht. Ja. Der Reaper lässt sich auch die ganze Zeit treffen. Da freil ich halt, warum wurden die Gold gerankt? Wir brauchen, wir bräuchten... Naja, einen ist sogar Platin. Naja, du Reaper. Nein, das ist... Platin glänzt. Ich bin so scheiße, man. Also, ist das Silber? Ja, das ist Platin. Ne, sicher? Ja. Aber Platin glitzert doch so. Ne, das ist Platin. Ey, Leute, jetzt wartet bitte. Das ist unser letztes Mal. War schlimmer. Ich hab Ulti gleich. Max, wie sieht's mehr aus? Ja, Mann, was ist denn aus? Wann hast du deine Max? Äh, 65. Äh, das ist schon. Aber wenn wir jetzt fighten und äh... Reinhardt kommt von den... Genau, der kommt uns entgegen. Reinhardt gegen Reinhardt. Reinhardt ist down. Der Reinhardt ist down. Oh, ich bin down. Ich bin down. Ich bin einfach zwei Granaten gewischt. Das gibt es nicht. Ja, okay, Moltenkorb hat mich gemacht. Und Gegner wieder mehr in den Beweg. Ja, ja, unentschieden. Hä? Hä? Ja, er kommt bereit. Hm. Ich hab auch für Verlängerung gesorgt. Hey! Aber jetzt wird's halt noch unentschieden. Äh. 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 Eins zu eins. One to one. Was gibt's denn bei Unentschieden? Nix. Null. Wir bekommen drei Competitive Points und null, äh, ranked. Verliest und nichts gibt uns halt nix. Der Reinhardt hat sich tryhardet und verkackt. Der Reaper hat nicht versucht. Der war halt ziemlich gut. Der Hanse war ziemlich gut. Aber als ich geschlitzt hab, das wäre auch super nix. War okay. Aber seine Ultis sind doch sehr oft daneben gegangen. Die. Und dann auch noch andere. Die. 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 Den die. Die. Bis zum nächsten Mal. He he. Links.